PPC oder Pay per Click Lass mich zuerst kurz erklären, worum es überhaupt geht. Wahrscheinlich weißt du schon längst, wie Suchmaschinen funktionieren und wie dir SEO dabei helfen kann, deiner Webseite ein besseres Ranking zu verschaffen, nicht wahr? Aber manchmal ist selbst die beste SEO-Strategie nicht gut genug. Das Keyword, das du optimieren willst, könnte hart umkämpft sein, sodass du es einfach nicht in die Top-Resultate schaffst. Es sei denn, du nutzt PPC. Im Grunde funktioniert es so. Selbst wenn dein SEO nicht gut genug ist, kann dein Link dank PPC-Werbung trotzdem auf der Suchergebnisseite auftauchen. Und da du nur pro Klick bezahlst, ist diese Art der Werbung sehr effektiv. Denn wenn wir genauer darüber nachdenken, werden nur die Leute deine Werbung anklicken, die an deinem Angebot interessiert sind. Dadurch bezahlst du lediglich für die relevanten Besucher. Vergleichen wir das Angebot mit traditioneller Werbung. Bezahlst du dort auch nur für die Menschen, die deine Zeitungsanzeige tatsächlich lesen? Mit Sicherheit siehst du den großen Unterschied. Jetzt kannst du natürlich sagen, das ist wirklich nicht schlecht. Mit dieser PPC-Sache komme ich klar und sie verschafft mir obendrein noch mehr Kunden. Aber hier kommt die Schwierigkeit. Bist du dir wirklich sicher, mit welchen Keywords du deine Kampagne optimieren solltest? Erkennst du den besten Zeitpunkt, um die Kampagne zu starten und zu beenden? Und weißt du, wie viel Geld du investieren musst, um tatsächliche Resultate zu sehen? An dieser Stelle können wir dir unter die Arme greifen. Unsere PPC-Strategien beinhalten nicht nur die Keyword-Recherche sowie eine angemessene Zeit- und Budgetplanung. Wir können dir außerdem dabei helfen, einen passenden Werbetext und eine ansprechende Landingpage zu entwerfen und deine allgemeinen Einstellungen festzulegen. Ein weiterer Grund, uns zu kontaktieren, ist, dass wir deine aktiven Kampagnen überwachen, analysieren und bewerten, um die bestmöglichen Resultate für dich zu erzielen. Sei ehrlich, hättest du wirklich die Zeit für all diese Arbeiten? Ist es nicht besser, sie jemandem mit langjähriger Erfahrung anzuvertrauen? Kontaktiere uns und starte noch heute deine erste PPC-Kampagne.